Das ist Schlenzi. Schlenzi hat einiges mit Hockey zu tun. Wenn es um seinen Sport und Olympia geht, ist er Fan. Er weiß nur zu gut, dass die deutsche Nationalmannschaft der Herren 2016 in Rio die Chance hat, die dritte Goldmedaille in Folge zu gewinnen. In den sozialen Medien wie Facebook, YouTube, Twitter hat er von dem Crowdfunding-Projekt Ecke Schuss Gold erfahren. Es geht um die erste Hockey-Dokumentation Deutschlands. Das findet Schlenzi super. Schlenzi liebt Filme über große Abenteuer und Sport und möchte deshalb ein Teil der Hockey-Doku werden, indem er unterstützt. Er weiß auch schon, wie das geht. Schlenzi geht dafür auf www.startnext.com unter Ecke Schuss Gold und sucht sich dort sein Dankeschön aus. Er weiß auch, dass das Crowdfunding am 15. Januar 2016 endet. Deswegen hilft er jetzt mit. Schlenzi hat natürlich nichts zu verlieren, denn das Geld wird erst und nur dann abgebucht, wenn der Film zustande kommt. Um das Projekt zu realisieren, mobilisiert er alle seine Freunde, um den Hockey-Sport endlich ins Rampenlicht zu rücken. Ecke Schuss Gold. Unterstützen heißt, dem Hockey-Sport zu helfen.